Warum werden denn manche Namen da in Gold angezeigt? Ja, das sind die, die die Krone haben. Ach so. So, ich sehe einen. Also das ist mal Hauptgebäude oder wo gehen wir hin, dass wir mal zusammen irgendwo sind? Haupt. Direkt in die Mitte. Ja, okay. Ich habe nur ein bis jetzt gesehen. Also wenn es nur einer ist, dann wäre das natürlich cool. Ich würde sagen, wir gehen da direkt rein und machen den kalt. Zack. Komm her, du. Sehr gut. Jetzt passt auf, jetzt kommen gleich ganz viele kleine Bots. Oh, der ist da gerade am Machen. Ah, keine Munition mehr. Okay, komm, proben wir uns den Tresor. Oh, da ist ein Gegner. Nee, ist ein Bot, ist ein Bot. Boah. Ist weg. Kannst du einen aber auch erschrecken. Ja, ich dachte, der ist erst so gelaufen und dann aber, nee. Glück gehabt. Los, mach up die Schotten. Bin ein bisschen wie dein Bodyguard hier. Oh, geil. Können wir uns erstmal hier ein bisschen nochmal Flau bei dir nehmen können. Oh. Legendäre Pumpgun. Ich habe noch mit Pumpgun. Na, obwohl eine legendäre nehmen wir dann mit war. Okay. Ich wär bereit Also ich wär fertig Ähm Hier kannst du mich breiten Ja okay, ich auch Hier wird geschlossen Oh ja, ich werd verschlossen Warte, warte, da hinten steht er Warte, warte, wenn der kommt Was machen? Wir warten Wir lassen den kommen Und dann machen wir hier mit Pumkan Ist der über uns? Ja, beim Boss auch ungefähr Oh warte, der macht den Bot Ja, ich mach den Kite Ja, weg Hast du den Typen erlebt? Ja, hier ist der Kleider Oh, wir müssen spielen mit dem Hier, guck mal Warte, warte, guck mal Ich, ich, ich geb den hier Hier, komm her Da Was willst du? Hier Oh, Mervin Oh, Gushy, 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 Gushy Ich wein Ich konnte ihn nicht mehr leiden sehen Warte, hat der dann Fisch? Oh, geil Kann man ja auch filmen Okay Gut, wollen wir weiterziehen oder hier noch gucken? Wir können auch weiterziehen theoretisch Ich glaube hier ist nicht mehr so viel An Munitionen Hier hinten vielleicht noch ein bisschen Ja, so ein bisschen Aber nichts großartiges Ich hab mal wieder Alarmanlage ausgelöst Ja Okay, gehen wir mal weiter, wa? Ja Genau Oh, Streps Oh, Streps, 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 Streps Ja Blöd gelaufen würde ich sagen, ne? Blöd gelaufen Für ihn, ja Hier sind, hier sind Fässer Hier kannst du dich, äh, heilen Ja Ja, warte Ich guck grad mal Kann ich nochmal ein Midi-Pack kaufen? Ey, hat nicht geklappt Kaufen, kaufen So Okay Hier kannst du dich heilen, hier sind Fässer Jawoll Gut, bin voll Hier Hier, wir nehmen das Auto hier einfach Oh, und da haben wir sogar direkt ein Lager Halt, Munition So Oh Das ging ja schnell So Ah ja Hab Tschaku Ja So, warte, wo sind die Halt, für das nehmen wir die Pizza mit Und, ist das ein Nee Shit, Maschinenpistole wollen wir nicht Okay Rechts war ein Auto, auf der Brücke sind auch welche Achso, alles was ich eben gesagt habe, rechts Hm Hm Uh, das ist ein Lama Geil Ja, und los uns zeigen So, euch da bei meiner Zum Lama Bessere Sturmgewehr hätte ich noch gerne, ansonsten bin ich auch ganz zufrieden Hm Ja Ein bisschen Munition Ja Immerhin Ansonsten Da können wir auch noch Da unten liegt auch was Da unten liegt auch was Das heißt, hier hat es schon Hauer gegeben Ja, okay, Fahr weiter brauchen wir nicht Da unten links sind sie Ja Am Wasser Du hast halt deine, äh, Dinger da, ne? Chakos, ja Ja, dann lass ich dich direkt raus, wenn nicht Nee, warte, warte Warte, wenn wir lassen Boah, ich wollte gerade sagen, lass dich erst mal machen Du hast jetzt mal ein bisschen schneller hier Ich unterstütze mal ein bisschen Sei gut, sei gut, sei gut Oh, der ist nun sogar trocken fett Geil, und jetzt, ich lass dich raus Und jetzt aussteigen Aussteigen, aussteigen Ha, aussteigen Sehr gut Ui Grandios, das war Drei Kills innerhalb von Da oben ist noch so ein Ballon Wollen wir da hin? Ja Geh schon mal vor, ne? Hier ist ein Chaku Willst du den haben? Ah, ich, ich, ich bleib meiner legendären Schrotflinte Okay Gefällt mir sehr gut Wenn du so hast, dann kann ich ja auch von hinten anschießen Ja Können uns das da mal ansehen Ähm, boah, ist noch ziemlich groß die Map, ne? Ja Kann das nicht ein bisschen schneller gehen, wenn schon so viele tot sind? Haha Haha Obwohl jetzt gleich kommt ja drei Sekunden und dann wieder hast Da unten ist auch eine Truhe beim Trecker Ja, ich muss immer Jo Bist du gleich wieder hier? Ich hab Angst Höh, hä, hä Haha Auto 書 schnell okay war der astag ein paar stelle das mehrere teams aber genau sind wir ganz gut ausgerüstet hier ja ich bin zu sehen alle hätten gut fahren ist weg das auto ich weiß ich frag mal ja Wir könnten aber auch Ich glaube, hier ist sogar dieser Geheimgang Wir könnten erstmal kurz hier ein bisschen planen Müssen wir jetzt gucken, ob da wer ist Okay Hasta la vista Aber wir müssen aufpassen wegen dem Sturm hier unten Lass mich hier rein Ja Nicht, dass wir wieder blöd erwischt werden Das würde mich ärgern Zumal wir echt gut ausgerüstet sind Boah Den nehme ich auch wieder mit Hier ist eine Oh, ein episches Sturmgewert Das nehme ich mit Oh ja Ansonsten Wo bist du jetzt hin oder wo gehen wir hier hin Wir könnten gleich erstmal ein bisschen hier warten Du bist ja auf der anderen Seite gerade Ja, deswegen Wir sollten Ich fühle mich hier nicht so wohl Ja, da wo das Zeichen auf der Karte ist, da müssen wir ein bisschen hin Ja, da ist das Haus Ja, da ist bestimmt ein Auto So, 22 sind noch drin Ja, da ist ein Auto Und zwar, da ist noch eine Truhe, wenn du willst Nö Ich glaube nicht, dass ich hier Warum Das einzige, was ich gebrauchen könnte, wäre Legendäres Sturmgewehr oder sowas Oder ein episches Aber immer noch ein blaues Aber der Rest ist cool Warte mal, wo hat sich das denn jetzt Ja, okay, dann müssen wir weiter Oh, hier ist eine Truhe Ah 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 Ich Ja, ich komme ja schon Jetzt Ich den Scheiß mal nicht eingesammelt Ich komme Okay Da oben drauf Was ich gerade sehe Nein, nein Was machst du? Na gut Ja, wir haben ja Okay, dann machen wir was anderes Planendung Wir holen uns Snooty Was wollen wir uns holen? Den Boss Hier Wer ist da noch? Wozu? Die Münze Münze Okay Warte, warte, ist das ein Gegner? Der ist ein Bot Okay Hier rein Zack So, komm her Holen wir uns hin Blöd Mann hier Wo ist der? Wo ist der? Ist er unter uns? Hä? Da ist er Hier melden uns Guck mal, ganz schnell Mit unteren Waffen, ganz schnell Oh Hier rein Oh! So! Sehr schön! Naja! Hier! Naja, aber da hast du... Das hab ich da grade hingelegt, ich muss mich erst mal voll heilen! Voll angeschlagen! Was? Ich guck mal, ob wir unten... Ich kann dir gleich die Münze noch geben, ich guck mal, ob hier... Ah ne, wir schaffen es, wir müssen hier weg! Komm, wir holen ab! Komm, wir müssen schnell hier weg, 10 Sekunden nur noch! Nach vorne, zum Auto! Mist! Wo ist denn das Auto? Hier vorne! Oh, ey! Ja, ich bin hier unten, Melvin! Oh nein! Hier, komm, ich bleib hier stehen, jetzt check! Kann ich mich hier drinnen auch heilen? Ja! Kann man hier auch Schaumparty machen? Yo! Check mal aus! Check erst aus! Und jetzt weitermachen! Oh, aber ich hab mein Sturmgewehr dahinten verloren jetzt! So! Was mal richtig Misti-Kacki ist! So, wir bleiben hier, würde ich sagen... Oh ne, wir müssen... Warte! Ah, ein Team nur noch! Okay! Okay, das ist gut! Wir wollen noch auf die Jagd gehen, weil ich hab keine Waffe für nen Fernkampf! Und wir müssen eh hier weg! Lass uns da zu diesem Haus! Ja! So, aufgefüllt sind wir ja beide! Jo! Von daher ist alles gut! Aber hier ist schlecht zu kämpfen, ne? Wir müssen eh hier weiter! Wir müssen... Ja, okay, das wird hier freies Feld sein! Hm... Ja, wir müssen jetzt schnell! Ja, komm! Hier, guck mal! Ah ne, da stand man nicht! Ich weiß nicht, ob da vielleicht noch eine Waffe wäre! Aber zu dem Haus! Scheiße, die Wand kommt ja schon wieder! Da hinten liegen noch ein paar Sachen! Ja, ist geil! Ich will nur nicht wieder Leben verlieren hier! Wow! Jetzt aufpassen! Hier sind sie irgendwo! Ja! Okay! Okay, ich würde sagen, wir gehen hier... Hier lang, damit wir gleich beim Baum sind! Wäre hier ein bisschen flach, aber nur 30 Sekunden! Da hinten sind sie! Wo? Ja! Da hinten! Aber ich habe keine Waffe für da hinten! Na ja, gut, einer! Warst du das? Ja! Sind zwei! Ja, 30, 60! 30, 60! Komm, 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 komm! Hau drauf da, hau drauf da! Ah, scheiße! Ah, scheiße! Ah, ich glaube, das bringt mit! Ne! Jetzt komm, komm, jetzt zieht er nämlich hier weg! Das ist geil! Jetzt haben wir nämlich hier das Schützding vor uns! Und auch den Baum! Und auch den Baum! Das haben die nicht! Die müssen nämlich zu uns kommen! Soll ich den Turm hier mal aufstellen? Hier an der Seite? Äh! Die müssen ja oben! Warte! Die kommen hier hoch! Hier hoch! Das heißt, ich würde den hier hinstellen, wo ich stehe! Hier beim Baum irgendwo! Hier so hin! Da hin! Ja, genau da hin! Okay, jetzt warten wir! Und wir gehen im Zweifel dann hinter das Ding! Ups! Entschuldigung! Ich habe mich wieder geheilt! Wo sind sie denn jetzt? Weißt du das? Die müssen da sein irgendwo! Oder die kommen! Pass auf jeden Fall auf! Die kommen, die sind ganz nah! Hier, schön um den Turm! Die Wand kommt! Ist egal, ist egal! Nimm das Ding hier! Nimm das Ding hier! Mit, nimm mit! Komm mal mit! Ganz langsam! Und stell mal... Erstmal jetzt hier wieder ab! Oder so! Die sind hier unten, glaube ich! Oder hinter einem der Steine! Oder hinter dem Baum! Die hätten sie auch sein! Okay! Dann... Step by Step gleich vorrücken! Okay, okay! Nimm mit, nimm mit! Pack ein! Wir müssen mit! Ja, da hinten sitze! Komm mit runter! Komm runter! Spring runter! Und pack hier! Pack hier gleich hin! Da vorn! Oder... Noch nicht hin! Aber schieß! Ja! Komm, 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 komm! Scheiße! Okay! Okay! Das Ding... Oh! Bin ich los! Der hat mich getroffen! Miss! Ah! Wieder noch ein zweiter! Dammit! Lasst dich noch hin! Elke! Das Ding! Das Ding! Der hat mich jetzt! Verteid! B Bring da es mir! Das Ding!